Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Nähanleitung von SoSimple. Mein Name ist Sabine und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie man die Nivelliertaste am Nähfuß verwendet. Das ist dieser schwarze Knopf. Der wird auch manchmal Ausgleichtaste genannt. Und er ist genau dafür da, um Höhenunterschiede beim Nähen auszugleichen. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn du über dicke Stellen nähen wolltest, dass der Nähfuß sich schräg stellte, die Nadel vielleicht abgebrochen ist, die Naht ungleichmäßig wurde. Das liegt einfach daran, dass der Stoff dann nicht ordentlich transportiert werden kann und der Nähfuß schräg steht. Der ist ja wie an einem Gelenk am Nähfußhalter befestigt. Also er ist sehr beweglich, sodass er eben auch gut über mögliche Unebenheiten im Stoff drüber gleiten kann. Wenn wir die Nivelliertaste drücken, dann ist der Nähfuß waagerecht eingestellt und fest. Wenn ich ihn dann auf den Stoff runterlasse, kann er ganz entspannt nähen. Denn sobald sich der Winkel des Stoffes so ein bisschen ändert, wird der Nähfuß wieder locker. Also die Nivelliertaste löst sich und der Fuß ist wieder frei beweglich. Dadurch werden die Nähte wunderschön und gerade, auch wenn du ganz viele Stofflagen nähen willst. Ich zeige dir das hier jetzt mal bei zwei Lagen Vlies und vier Lagen Stoff. Da kommt selbst meine Yuki total an ihre Grenzen und näht eine ganze Weile auf der Stelle, bis sie überhaupt weiterkommt. Und da ist wirklich so eine Nivelliertaste unglaublich toll. Ich hebe also den Nähfuß, drücke die Nivelliertaste. Der Nähfuß stellt sich waagerecht. Ich lasse den Fuß runter und kann dann wirklich total entspannt geradeaus nähen. Dieser kleine Tipp kann das Nähen von dicken Stoffen oder dicken Stellen total entstressen. Meinen Blogbeitrag zum Thema Nähfüße und ihre Verwendung verlinke ich dir in der Infobox unter dem Video. Wenn dir diese Anleitung gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Vielleicht bist du ja auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich freuen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss!